Ja, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Alexander Lasch. Ich bin Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte und würde Sie sehr gerne mit diesem ganz kurzen Video auf das Oberseminar Wissenschaftliche Kolloquium im Sommersemester einstimmen. Für die Doktorandinnen unter Ihnen ist das natürlich alles nichts Neues, aber für diejenigen, die ihre Abschlussarbeit präsentieren wollen im Kolloquium und ihr Exposé dafür diskutieren, für die ist der Arbeitsmodus ja bisher weitestgehend unbekannt. Und deshalb würde ich ganz gerne Ihnen Folgendes für das Sommersemester anbieten. Wir haben es bisher so gehandhabt, dass wir uns zu festen Terminen getroffen haben und miteinander gemeinsam Ideen und Status von wissenschaftlichen Arbeiten besprochen haben. Und das würde ich ganz gerne auch in diesem Sommersemester so beibehalten. Und deswegen möchte ich Sie ganz herzlich einladen, dass Sie in die Matrixgruppe oder den Matrixraum zum Oberseminar und Kolloquium kommen und wir dort die Absprachen, Terminabsprachen für Ihre Arbeiten und Projekte im Detail durchsprechen. Vielleicht ganz kurz, alle Informationen und das Material zum Seminar finden Sie auf dem Blog unserer Professur unter gls-dresden.de slash tag slash Oberseminar und den Matrixraum finden Sie über die angegebene Adresse im Matrix Web Messenger. Alle diese Adressen sind im Kommentarbereich unter diesem Video verlinkt. Auch noch dazu stelle ich einen Link zu einem Tutorial, das Ihnen erklärt, wie Sie zu diesem Matrix Web Messenger gelangen, der auf Servern der TU Dresden läuft und aufgesetzt ist. Dazu benötigen Sie lediglich Ihr ZDH-Login, das Sie auch von anderen Servicediensten der TU Dresden kennen. Meine Sprechstunde biete ich am Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr sowie 22 und 23 Uhr in einer Abendsprechstunde für diejenigen von Ihnen, die sich aufgrund verschiedener familiärer Gründe, also Sie betreuen zum Beispiel Kinder oder nahe Angehörige oder pflegen Sie oder müssen arbeiten gehen, ausnahmsweise in dieser, für die Zeit des Notbetriebs der TU Dresden Ihnen anbieten möchte und machen Sie durchaus davon Gebrauch, wenn Ihnen danach ist und Sie eigentlich keine andere Möglichkeit haben. Vielleicht ganz kurz zum Ablauf des Semesters. Ich selbst betreue mit meiner Frau zusammen drei Kinder, was uns sehr freut, aber uns im Moment natürlich in die recht schwierige Situation versetzt, dass wir nur sehr wenig Zeit über die regulären Arbeitszeit am Tag zur Verfügung haben. Also für meinen Fall sind es zweieinhalb bis drei Stunden, die für Lehre, Koordination, Studiendekanat und so weiter ich aufwenden kann. Den Rest, so wie jetzt zum Beispiel dieses Video, verlege ich in die Abendstunden, um dann die Inhalte Ihnen so präsentieren zu können, dass Sie darauf zugreifen können. Ich würde mich sehr freuen und unter den Doktorandinnen wird das durchaus akzeptiert und angenommen, dass wir überlegen, ob wir dieses Kolloquium oder Oberseminar auf die Abendstunden verlegen. Montag oder Dienstag wären dafür aus meiner Sicht ideal. Lassen Sie uns das aber bitte gemeinsam aushandeln in der Matrixgruppe bzw. im Matrixraum. Dann können wir an diesem Ort die Konferenztermine absprechen, die es dann wahrscheinlich in diesem Seminarformat sein werden, abstimmen. Darauf freue ich mich sehr. Es ist jetzt natürlich von Ihnen ein bisschen was an Bereitschaft und Vorleistung verlangt, dass Sie sich möglicherweise auf einen Abendtermin einstellen und einlassen. Und bitte Sie dafür im Voraus schon um Verständnis. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir bitte keine E-Mail, sondern posten Sie bitte direkt in den Matrixraum. Da bin ich sehr schnell erreichbar und antworte auch sehr zügig. Das nimmt mir jetzt in dieser Zeit ein wenig von der kommunikativen Last der Fernkommunikation ab. Und damit würden Sie mir ebenfalls einen großen Gefallen tun. Wie auch immer, ich freue mich auf Ihr Kommen. Und wir sehen uns dann zunächst in dem Matrixraum, um Termine abzusprechen und einzelne Konferenztermine auszumachen. In diesem Sinne und erstmal einen schönen Abend, Ihr Alexander Lasch. Okay. Okay. Vielen Dank.